Der Leser kann sich freuen auf eine neue, modernere Zeitung in einem handlicheren, kompakteren Format mit mehr Seiten als bisher. Vor allem mit mehr Seiten für lokale Themen. Das lokale wird weiter vorn in der Zeitung platziert sein. Wir haben ja drucktechnisch bedingt vier einzelne Bücher. Es wird eine größere Regelmäßigkeit geben und das lokale Buch wird künftig jeden Tag das zweite Buch sein, gleich nach den regionalen Landesthemen. Wir werden ein neues Familienmagazin etablieren mit neuen Inhalten. Wir werden viel mehr interaktive Verweise auf unsere digitalen Kanäle im Blatt haben. Wir werden stärker mit Grafiken, mit Karten, Orientierungsgrafiken, Erzählgrafiken arbeiten. Und wir werden hoffentlich mehr und bessere Inhalte in der Zeitung haben, die noch näher, wie ich hoffe, an den Menschen in unserer Region, in unserem Verbreitungsgebiet dran sind. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017